hallo leute und herzlich willkommen zu einer kleinen runde paper.io 3 das ist so ein kleines spiel wo man so einen kleinen cube spielt und einfach nur land fressen muss ja mehr eigentlich nicht ganz simpel hier seht ihr unser team ist natürlich erster zu werden wir sind 13 mittlerweile aber das ist schon das wird schon was ich hier sieht ja auch best 25 und man kann auch andere leute killen in dem also ihr seht doch diesen schweif den ich jetzt dahinter lasse und wenn ein gegner oder ich auch selber man kann sich auch selber killen einfach da gegen den schweif fährt dann sterbe ich genau so geht das und ja wie gesagt ihr habt gerade gesehen er ist mir da gegen den schweif gefahren und ich bin gestorben und da kann man einfach alle killen und hat direkt zu 100 prozent von der map also ich hier seht könnt ich habe ein und 14 prozent und wir haben gekillt wir haben gekillt perfekt so und dann hier noch okay also das ist eigentlich ein spiel und das könnt ihr auch selber zocken ganz einfach im browser einfach bei google paper 3 eingeben so okay da ist einer gestorben da ist einer gestorben so okay wir haben jetzt wir sind erst in der top 5 und wir haben einen typen da umgebracht so da sehen wir lila 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 ist jetzt dritter und dänemark hat uns überholt na okay wir haben wieder die position 3 zurückerobert von dänemark so das läuft soweit ganz gut dann nehmen wir hier diesen holraum so nah nein okay wir sind gestorben okay wir haben jetzt grün wir haben jetzt grün bekommen eine ganz cool farbe also ich werde euch das mal zeigen denkt nicht dass wir das hinbekommen okay wir haben jetzt den typen hier umgebracht aber auf jeden fall ist das so dass und die haben wir auch nicht einfach die ganze lobby also glaube ich weil ich habe ein 100 prozent aber ich habe das kein einziges mal geschafft und ja ich bin jetzt tot war zu erwarten so und fressen wir uns langsam rein so der ist auch tot direkt so wie ich das sehen okay jetzt nicht hier tot also wir sehen können war mein bester 25 mein bester versuch und das ist ja eigentlich ein viertel der map und das ist das nicht so schlecht das könnt ihr wie gesagt selber zocken ist ganz wichtig ganz witzig weil es geht schnell und brauche nicht so viel leistung vom pc weil wie mein laptop ist ganz schwach und ich kann halt nicht so viele spiele aufnehmen und ich keine ahnung ich kann einfach nichts machen werbung mal wieder und wir sind noch am leben weil meistens wenn werbung kommt dann sterbe ich immer aber diesmal gemacht eigentlich ganz gut so fünf prozent haben wir von der map cool wir kommen immer weiter voran so die sechs haben wir auch ok perfekt ja wir haben die krone bekommen wir haben die krone bekommen so acht prozent perfekt ich hoffe wir sterben jetzt nicht weil man darf hier nicht zu optimistisch werden denn man will dazu große gebiete beanspruchen und dann stirbt man einfach so ich fokussiere mich jetzt mal auf lila damit er hier keine fax macht so na hier ist auch noch einer also je größer man ist desto schwieriger ist es hier alles zu kontrollieren damit einem hier keiner was weg ist ok so dann gehen wir hier mal durch perfekt sehr gut wenn ich den linanen töten könnte der grüne der davor hier war der ist tot jetzt ok das ist gut ich glaube dass der lila jetzt landwerk fressen wird aber ok ich nehme es so hin wie es ist also erst irgendwie ist nicht da was gut für mich ist ich fresse soweit so gut alles weg von denen so 14 prozent schon vielleicht schaffe ich diesmal mehr als als 25 prozent nein ok vielleicht auch nicht ich bin jetzt sauer und ich will jetzt rache am lila nehmen ich suche den jetzt finden aber nicht ich versuche jetzt nein es funktioniert nicht ich dachte ich töte jetzt beide aber hat nicht geklappt ok wir machen jetzt mal das ist auch immer ganz witzig ich baue mir da ist auch immer labyrinth wo ich dann nicht rauskomme so dann könnte ich ja auch so richtig zeichnen so zeichnen okay hier ist orange der ist jetzt im moment erster aber ich will immer noch rache an lila nehmen weil die mich ja fertig gemacht haben so wir sind wieder fünfter wir kommen bald zurück wir fressen hier eine große fläche ab von orange und wir sind jetzt zweiter und wir sind hier auch lila na bitte nicht oh das war so knapp das war so knapp wir sind wieder tot schade 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 und ich versuche jetzt mal es wird nicht funktionieren es funktioniert irgendwie nie ok werbung mal wieder so ich würde sagen machen jetzt ein paar versuche und lila lebt immer noch lila lebt immer noch ich meine ich bin jetzt selber lila aber ich meine diesen dritten da ich will jetzt rache an ihn nehmen weil er mich davor getötet hat so wir essen hier ein bisschen von chico weg so ok wir sind jetzt schon auf platz zwei wir haben gerade so richtig viel fläche weg gegessen und das ist krass ok das kraft bitte nicht verdammt ok ich denke nicht dass wir die 26 prozent schaffen aber man kann es ja versuchen okay man kann es ja versuchen fressen jetzt eine große gebiet ein großes gebiet hier weg von blau nein es funktioniert auch nicht ok ok dann mache ich das halt so klein ich veransprüche keine großen gebiete obwohl hier kommt bis jetzt keiner deswegen esse ich hier ganz viel ok direkt 6 prozent und direkt zweiter direkt zweiter so perfekt und auch noch lila getötet das war das jetzt der typ der mich geführt hat davor ich weiß es nicht wenn er es war dann war es jetzt meine rache an ihm und wir sind erster vielleicht schaffen wir jetzt die 26 prozent weil wie gesagt 25 war mein rekord ok so können wir ihn killen nein schade 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 man muss hier ganz akkurat vorgehen wenn man nicht sterben will ok er ist tot das ist perfekt wir fressen hier eine große fläche jetzt wir sind schon bei 13 und ich glaube einer frist da bei mir weg ganz hinten ich gehe da mal zurück ok hier seht ihr ich weil die ganze zeit da an masse weil ja genau rot rot ist bei mir hier was weg glaube ich nein blau hier also je größer desto schwieriger wird es hier alle ecken sauber zu halten damit keiner da was weg frisst so wir haben hier die 16 prozent vielleicht schaffen wir es noch da ist einer gestorben ok verdammt was habe ich jetzt gemacht ok können wir dadurch ja es hat funktioniert es hat funktioniert so wir haben fast 17 prozent so perfekt wir fressen uns hier in blau rein und kehren sogar blau das war richtig gut das war stark ok 17 prozent wir fressen uns hier weiter rein so und was ist das von wieder wenn ich jetzt wegen der werbung verliere dann weiß ich nicht ok wir müssen schnell zurück schnell zurück ach komm ja junge da kann ich doch nichts machen wenn da werbung kommt ok letzter versuch würde ich sagen letzter versuch wir töten hier erstmal rot so wir versuchen mal die ganze map zu umfließen vielleicht funktioniert es hier na bitte nicht der hat mich jetzt gesehen aber bis jetzt hat er noch nichts gemacht vielleicht schaffen wir es ja vielleicht schaffen wir es bis jetzt haben wir noch nichts gemacht wir kommen immer weiter voran hier ist ganz großer lila ok ich hoffe mal wir schaffen es nein schade 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 die runde ist vorbei weil wir gestorben sind und ich würde sagen dieses video ist auch vorbei und zwar wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ein abo also wir sind ja ganz close an den 15 abonnenten also abonniert weil warum nicht ne mich würdest unterstützen und software ist es nicht zu abonnieren abonnieren